David Wiethelter für den TUS Hiltrup. Warum spielt eigentlich Martin Lambert zwischendurch im Tor, wenn du als Torwart auch Tore schießen kannst? Ja, wir haben uns das überlegt. Wenn wir hinten liegen, dass Martin dann reingeht und solange wir führen oder unentschieden steht, bleib ich halt im Tor. Aber du machst ja auch die Dinger weg, oder nicht? Ja, das war jetzt einmal. Den habe ich wohl mal falsch getroffen. Ich glaube aber, dass in der Konstanz da die anderen schon besser aufgehoben sind. Ihr habt den Auspark gehabt, da wurdet ihr Zweiter, wart im Finale. Jetzt bei den Statis, tut euch ein bisschen schwer. Liegt es am größeren Platz, an der größeren Halle? Ja, ich glaube, wir sind halt hier noch nicht optimal reingekommen. Heute auch gegen Gelma haben wir nicht gut gespielt. Ich glaube, gegen Wolbeck war besser und dann wollen wir mal gucken, dass wir das gleich gegen Kinderhaus nochmal eine Nummer besser machen. Kinderhaus bisher mit zwei Unentschieden in einer halben Stunde Spielzeit. Kommt euch das Gelegen, dass die bisher nicht so gut treffen? Ja, wir schauen mal. Also hoffentlich treffen die gegen uns gar nicht und dann machen wir ein Tor und dann haben wir gewonnen. Also ja, wir wollen einfach gewinnen. Wir wollen eine Runde weiterkommen und dann gucken wir mal, wie das läuft. Danke.